Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Tutorial zum Video-Player-Bauen in Ventus. Im letzten Tutorial haben wir den Restart-Button in unseren Video-Player integriert und in diesem Tutorial wollen wir den Play- und den Pause-Button mit einbinden. Wir sehen, das Video ist jetzt hier einmal durchgelaufen und unser Restart-Button ist hier wieder angesprungen, sozusagen. Und damit wir jetzt den Play- und Pause-Button sehen, die haben wir ja vorher geblockt, stellen wir diese wieder auf Unblocked, also nehmen hier aus Block den Haken raus und dann können wir mit denen arbeiten. Klappen wir also einmal den Play-Button mit rechter Maustaste auf und einmal den Pause-Button mit rechter Maustaste auf, dann sehen wir, dass wir hier unsere beiden Touch-Button-Notes haben. Und die wollen wir einfach mit unserem Movie-Clip jetzt mal verbinden. Dazu klicke ich hier auf das Material, da haben wir ja unseren Movie-Clip drin und können jetzt mit Umschalt-Taste einmal den Play-Button und den Pause-Button hier hereinholen. Die ziehe ich mir noch ein bisschen zurecht. Und dann verknüpfe ich einfach hier unsere Inputs Play mit dem Play-Button, das ist ein Single-Tab, also wir klicken hier einmal drauf und unser Video wird wieder abgespielt. Und dann verknüpfen wir einmal den Pause-Input mit unserem Pause-Button Single-Tab. Gut, das funktioniert jetzt quasi auch schon soweit, wenn unser Video restarted ist. Also im Moment können wir nichts machen, wenn wir hier klicken, denn unser Video muss immer restarted sein. Und wir wollen jetzt natürlich auch den Play-Button ausschalten, wenn unser Video gerade spielt. Denn wenn unser Video gerade spielt, soll es nur über den Pause-Button angehalten werden. Und wenn der Pause-Button aktiviert wurde, also unser Video gerade pausiert ist, dann soll wieder unser Play-Button enabled sein, sodass er unser Video eben wieder zum Abspielen bringen kann. Und das wollen wir einfach einmal anlegen. Und zwar können wir uns dazu einmal im Movie-Clip die Outputs anschauen. Und hier haben wir einen Boolean für Is Playing. Und der sagt uns eben, ob unser Video gerade abspielt oder eben nicht abspielt. Und den können wir eben verwenden, um unseren Pause- und Play-Button zu enablen. Gut, machen wir das einmal. Unser Video spielt gerade nicht ab. Dazu können wir hier einmal uns noch einen Clipping-Note reinholen, um eben jetzt hier den Boolean-Wert einmal umzudrehen für unseren Play-Button. Und zwar gehe ich jetzt hier rein in meinen Movie-Clip, hole mir hier einmal Is Playing, beziehungsweise ich gehe in meinen Clipping-Note rein und verknüpfe hier den Input mit dem Output Is Playing. Und dann sehen wir, dass wir hier als Input eine 0 bekommen. Und diesen Wert wollen wir jetzt einmal umwandeln in eine 1. Denn wir bekommen hier im Moment noch eine 0 raus. Und hier haben wir die Möglichkeit eben zu sagen, minimal Out. Und das soll eben jetzt hier eine 1 sein. Wenn ich jetzt auf Output gehe, sehen wir, wir bekommen hier eine 1 raus. Und wenn unser Input jetzt eine 1 wäre, dann muss als maximal Out eine 0 herauskommen. Also ändern wir das auch noch. Gut, verknüpfen wir das mit dem Play-Button Enabled. Denn das ist hier quasi auch ein Boolean. Können also hier auf Outputs Volume gehen. Und im Moment ist das Ganze dann Enabled. Denn unser Video ist gerade nicht am Spielen. Und wenn es nicht am Spielen ist, soll ja unser Play-Button das Video wieder zum Spielen bringen. Gut, dann haben wir unseren Pause-Button. Und den können wir quasi direkt über unseren Is Enabled verknüpfen. Also ich nehme hier mein Control Enabled vom Pause-Button und ziehe den auf den Movie-Clip Output Is Playing. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt hier in den Pause-Button reingehen, dass dieser gerade nicht Enabled ist. Und unser Play-Button ist Enabled. Sehr gut. Das haben wir schon mal relativ gut angelegt. Wollen wir das einfach mal testen. Ich restarte mein Video über den Restart-Button und kann jetzt hier auf den Pause-Button klicken. Zack. Und dann sehen wir, ich habe hier mein Video angehalten. Sehr, sehr schön. Vielleicht, damit man das noch besser sehen kann, lade ich mir hier mal noch ein anderes Video rein, damit das alles ein bisschen deutlicher wird. Sehen, das spielt gerade. Ich klicke auf meinen Pause-Button und halte das Video an. Jetzt ist das Problem natürlich, dass mein Pause-Button über dem Play-Button liegt. Also ich kann hier nie mehr mein Play-Button anklicken. Wenn ich hier draufklicke, passiert gar nichts. Das heißt, ich muss mein Pause-Button, wenn er denn aktiviert wurde, irgendwie wegskalieren oder irgendwie wegbekommen vom Bildschirm. Und das können wir über die Achse unseres Pause-Buttons einmal machen. Also hole ich mir hier noch die Achse zusätzlich rein. Per Umschalt-Taste Pause habe ich hier drin. Und hier sehe ich, oh, mein Pause-Button ist auf 0,5 eingestellt. Das ist ein bisschen problematisch, denn wir können hier ja nur mit 1 und 0 arbeiten. Und deshalb skalieren wir das Ding einfach mal hoch auf 1 und sehen, oh, jetzt ist das ein bisschen zu groß geworden. Ist aber kein Problem. Wir können hier einfach reingehen in die Geometrie und die machen wir einfach ein bisschen kleiner. Um die Hälfte 4. Hier würde ich sagen, machen wir 0,7 draus. Und bei dem anderen machen wir das ganz genauso. Auch 4. Und dann ziehen wir das hier über die Achse wieder etwas zurück auf 1. Sehr schön. Gut, gehen wir hier nochmal rein in unseren Movie Clip und holen uns jetzt die Achse vom Pause-Button nochmal per Umschalt-Taste hier dazu. Und dann kann ich sozusagen hier den Scaling-Faktor All mit dem Output Is Playing verbinden. Zack, dann ist mein Pause-Button jetzt weg. Wenn mein Video gerade pausiert ist und wenn ich jetzt hier wieder draufklicke auf den Replay-Button, zack, ist mein Pause-Button wieder da. Sehr schön. Jetzt soll natürlich auch der Replay-Button verschwinden. Das ist relativ einfach. Dazu holen wir uns vom Play-Button oder ja, nicht der Replay-Button, sondern der Play-Button soll verschwinden. Also holen wir uns hier die Achse vom Play-Button rein und verknüpfen die einfach mit unserem Clipping-Note, indem wir hier die Werte umgedreht haben. Und zwar auch wieder der Scaling-Faktor All mit dem Clipping-Note Outputs Value. Und das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinen Replay-Button klicke, zack, ist der verschwunden und mein Pause-Button ist wieder da. Ich klicke auf meinen Pause-Button und mein Replay-Button ist wieder da. Sehr schön. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Buttons immer da sind und unser User hier keine Möglichkeit hat, frei das Video zu sehen. Das heißt, wir müssen unsere Buttons irgendwie wieder ausblenden. Und das machen wir einfach über unser Material, was wir hier haben. Also hole ich hier mein Material rein mit gedrückter Umschalt-Taste. Und im Material haben wir ja unseren Value. Den können wir hier runterziehen und somit unseren Button ein- und ausschalten. Ich spiele dazu nochmal kurz das Video ab, damit wir das sehen können. So über den Value können wir unseren Button sozusagen ein- und ausblenden über das Material. Und das machen wir einfach mit einem Mover-Node. Wir holen uns also hier einen Mover rein. Und den Mover stellen wir einmal ab von Swing, denn das soll ja nicht hin- und herswingen, sondern immer nur einmal ausgelöst werden. Also können wir auch den Mode auf One Shot stellen. Und ich sage mal, ja eine Sekunde lang soll das Ganze funktionieren, dass es von 100 auf 0 runter geht. Das heißt, ich stelle hier auch noch minimal auf 100 ein, denn wir starten ja bei 100 und maximal auf 0. Und dann können wir das Ganze schon verknüpfen. Ich kann also hier den Value vom Material nehmen, auf den Mover ziehen und das hier mit den Outputs-Values verknüpfen. Und das Ganze wird eben ausgelöst über den Play und über den Pause-Button, damit es immer hin- und herswitcht, je nachdem, was ich denn drücke. Also können wir hier vom Input-Mover die Nudge-Methode nehmen, einfach auf den Button ziehen, hier Single Tab einstellen und das Ganze hier auch mit dem Pause-Button machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf meinen Replay-Button klicke, oder beziehungsweise jetzt hier auf den Pause-Button, sehen wir, dass der dann verschwindet, wenn ich wieder auf den Replay-Button klicke. Sehr gut. Wunderbar. Das funktioniert sehr gut und das machen wir einfach auch mit unserem Play-Button. Ich hole also hier das Material vom Play-Button rein und dazu brauche ich natürlich einen neuen Mover. Hier, zack, stelle hier das Swing-Up, stelle Minimal auf 100 und Maximal auf 0 und die Duration auf 1 Sekunde und das Ganze auf 1 Shot. Okay, und dann können wir hier Nudge nehmen, auf Play ziehen, Single Tab und hier Nudge nehmen, auf Pause ziehen, Single Tab. Sehr gut. Und dann verknüpfen wir noch den Value von unserem Material mit dem Mover Output Value. Okay, wunderbar. Jetzt können wir unser Video replayen. Wir drücken einmal in die Mitte von unserem Bildschirm und unser Video wird pausiert. Wir drücken in die Mitte von unserem Bildschirm und unser Video spielt wieder ab. Und jetzt stellen wir fest, oh, was wir hier aber angezeigt bekommen, ist verkehrt rum. Denn wenn ich hier klicke, bekomme ich auf einmal meinen Play-Button angezeigt. Und wenn ich hier nochmal klicke, dann sehen wir hier unseren Pause-Button. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und um das hier zu fixen, können wir einfach unsere Geometrie und unser Material, was wir hier drin haben, einmal umtauschen in den Buttons. Das können wir einmal machen. Und zwar nehme ich mir hier einfach mein Material und mein Render Options Note hier und ziehe den in den Pause-Button rein. Und vom Pause-Button ziehe ich mir eben das komplette Paket hier in meinen Play-Button rein. Und wenn wir jetzt nochmal replay klicken und hier auf Pause gehen, sehen wir, dass wir hier unseren Pause-Button drin haben. Also angezeigt bekommen und wenn ich jetzt hier nochmal auf Play klicke, dann bekomme ich meinen Play-Button angezeigt. Gut, das funktioniert sehr schön. Natürlich ist das jetzt hier alles noch nicht im Bildschirm wunderbar ausgerichtet, da sich hier wieder das Ganze verschoben hat, als wir das umgetauscht haben. Das können wir doch zwischen den Tutorials fixen. Was wir jetzt hier noch machen wollen, sind so ein paar Feinheiten. Und zwar gehen wir nochmal in die Mover rein und stellen hier die Duration doch auf zwei Sekunden, sodass das noch ein bisschen länger erscheint. Und dann können wir im Material vielleicht auch noch die Farbe umstellen, denn die nervt doch schon ein bisschen. Ich würde sagen, wir stellen einfach die Buttons komplett auf weiß ein. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Design-Modus an. Wir spielen also unser Video ab. Ich klicke hier einmal in die Mitte, zack, da kommt mein Pause-Button. Und ich klicke hier nochmal in die Mitte, zack, da kommt mein Play-Button. Sehr schön. Gut, am Design und an der Position von den Buttons werde ich nochmal zwischen den Tutorials arbeiten. Und im nächsten Tutorial wollen wir hier ein schönes Menü einbauen, mit dem der User aus verschiedenen Videos auswählen kann, die er dann eben zum Abspielen bringen kann. Ja, vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.